Wir sind Re-Green German Games! Das ist Mario Gendtach! Das ist Gugnens! Ich bin nicht Johannes Brot! Weiter geht's mit dem 150er CCM Cup! Kubik... Dings. Ja, 150er. Neuer Kubik-Dings. Ganz frisch und neu. Vollgas voraus! Hubraum. Leider nicht rasanter Speed. Es war ja inmaßen rasant. Achja. So, cool. Und ich fang an mit den Bowser-Kindern. Iggy. Ja, wir haben ja, wie ihr schon gemerkt habt, einen neuen Hintergrund, ne? Haben uns neu bauen lassen für unser Studio. Lennolei. Ach du Scheiße! Man kann die alle spielen! Wusste ich nicht. Batman kannst du sein oder Adolf. oder L. Das ist aus der Serie Attack on Titan. Ach, wie hübsch! Ja! Ja! So! Dreirad-Bolide. Kennt man, ne? Cool. Kürmestroschke. Pünktchen-Card. PS-Galere. Sauseschuh. Sportcoupé. GLA! GLA! Das ist ein Mercedes. Ja, das ist ein Auto, das wirklich so heiß. Geil! Scheiße! Ich finde das cool. Ich auch nicht. Swick! Ähm... Riesig! Klar! Das gehört zusammen, Alter! Guck mal! Und das auch! Das gehört alles zusammen! Fällt auch so auf die Straße rum. So! Es geht natürlich los mit dem Pilz-Car. Hallo! Tschüss! Gibt's eigentlich noch einen Spiegel-Car? Kala! Oh, ne. Weiß ich nicht. Gibt's auch keine falschen Fragezeichen? Ich erwarte nichts mehr. Die drei falschen Fragezeichen! Sutusch! Sonnach! Wasch! Rettep! Hast du das gerade Rückwärtsgesang? Fremde... Bob! Bob! Das ist Rückwärtsgesang, oder? So! Wieso kannst du das? Kann ich nicht. Das war die Hälfte falsch, Alter. Ja. Aber wegen dem falschen Fragezeichen hab ich das gesagt gehabt. Alter! Der drifft irgendwie... Wie... Wie der Kugel will ich... Alter! Ich drohe ihn so davon, Alter! Guck mal! Ich bin schon hinter Japan! Also im Wasser. Der Johannesbrot, ne? Der hat einen Orientierungssinn! Wenn der... in Japan ein Loch kriegen, kommt hier das Stradium wieder raus! Alter driftet... Der ist süß, ein heftiger Drifter, ja. Der muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich dachte, er hätte das Stradio-G. Nein, ich bin Elite Pop. Elite Pop Endrucks. Was ist denn bitte erst... Ich hab mich fast selbst damit getroffen, hätte ich mich damit getroffen, Alter! Das wäre Heide des Jahres! Des Jahrzehnts! Des Jahrhunderts! Des Jahrtausend! Des Jahrzehntausends! Des Jahrzehntausends! Des Hunderttausends! Des Trilliardons! Iggy Pop! Also enge Kurven! Eine Blume! Oh, die duftet! Des Jahrzehntausends! Das warst du ja gar nicht! Du bist so schlecht! Des Jahrzehntausends! Des Jahrzehntausends! Seit wann kann L Auto fahren? Ich hab grad meine Banane auf den Duos gelegt, da. Das ist mal schlossen und schloss. Mhm. Bananen... So, ähm... Ich bin cool. Ich treff keinen mit dem scheiß Boomerang! Die Rö... Ist schon verba... Ohhhh! 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 Ich glaub ich hab nur den Nasenknochen gebrochen. Ohhhh! Mein... Nabelschmerz! Mein Nabelschmerz! Ich fress mich verfickter Scheißwissen! Das sieht ja scheiße aus! Oh ne, die L Haare ist das kein L! Hast du den selber gemacht? Ja! Das war die erste Minute, die ich gemacht hab! Dann hab ich dich eben selber gesteuert! Ich hab dich eben selber gesteuert! Hab ich selber gemacht! Ja! Ja! Hast du dich gar mit einem roten Panzer getroffen! Ja! Während des Lachens! Das ist ja was wir schaffen! Sag mal Rosalina, hast du sie noch alle? Ich hab grad dreimal versucht nach vorne zu werfen, hab ich jetzt mal einfach die Bananen verdient! Oh my... Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Bin ich nicht. Also... Ich hab dich nicht dabei. Alter, ne? Wenn du bei Mario Kart Double Dash die Herzen hast und von dem Feuerball von Mario getroffen wirst, dann kriegst du den Feuerball aber auch nur den einen. Interessante Information, oder? Ich bin kein Fliegen! 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 Wann bist du vor mir, du scheiß Spastiker? War das meiner? Weiß ich nicht! Ich hab den nach vorne geschossen, aus Versehen und dann hat er dich trotzdem getroffen, der hat mich getroffen und dann dich! Verlustig! Soll ich... Ich hab ihn nicht. Das war's für mich! Toll hätte ich das die ganze Zeit abschießen müssen! Ich bin über der Fliege. Sollte das? Hab dann den Amiga oder den Mi nachgemacht. Ich spiel jetzt hier mit. Zuckersüßer Cagnon. Französisch. Cagnon. Klingt viel mehr nachher süßig. Er heißt doch Zucker. Darum auch Candice Zucker. Von Cagnon Zucker. Das ergibt voll Sinn. Weil es gibt ja auch so... So Kiesel. Kiesel? Kiesel. Ich hab ihn mit dem Panzer. Das ist so... Ich war immer wieder gegen die Sand. Und... Warum rammen die nicht alle? Guck mal! Voll aggressiv ey! Was ist hier los? Als du deinen Ecker ausgezogen hast, hast du deinen Skill verloren. Ja. Der war wohl drinnen. Nein, weil du mir den auf den Kopf gesetzt hast, aber ich ziehen kann. Die ersten beiden wurden gewinnig und die anderen beiden nicht. Weißt du das denn? Ja. Das ist ja gar nicht. Hm, Mann ey! Aber ich hab ne Blumenöl. Ich bin auch ne Dritter. Ich bin ein Dritter. Die sind jetzt viel besser. Da denkt man gar nicht mehr dran. Da denkt man gar nicht mehr dran. Das wird vor allem bei den letzten E-Cups immer schwer. Nein! Das ist gar keine E-Curve. Scheiße. Nein! Sag mal... Nein! Und Dreck auf der Modehaube! Ich muss mich fissen auf da vorne. Das hört sich die Musik an. Genau so wie ich geguckt hab. Bucce Bucce in der See. Ich mach hier nur Falafel. Das sieht doch auch an. Mhm. Eine. Ja. Bucce? Nein. Nein. Ich bin jetzt weiter. Ich bin ganz schnell überholt. Ich bin ganz schnell überholt. Halt auf dem Kopf. Glücksfäden. So sieht Glücksfäden für dich aus. Glücksfäden, ja. Wie die Bucce. Wie die Bucce. Wie die Bucce. Das wär cool. Mhm. Kann man nicht sehen. Wie die Bucce. Ich hab mich genauso angestrengt wie du. Es ist viel zu spät gemacht. Es ist wie das Spiel mit Bauklotzen Es ist wie das Spiel mit Bauklotzen Ja Ich kann kein Spiel mit Bauklotzen Bau ihn Wo du so bautst mit Bauklotzen Ich höre einfach mal auf gehör zu driften It's cool man Ich sag ja auch immer never we're changing team Das war aber Kante du Das war aber Kante Der brennt Der brennt Kartonmelbrei Hex Hex Wusste dass BB Blocksberg in den ersten Folgen einen Bruder hatte Und der ist dann gestorben Und der ist irgendwie weggegangen Er hat mir ganz scheiße gestimmt Cool BB Blocksberg Du kannst gleich an die Tafel kommen Ich hoffe du hast dich während des zu spät kommst ausführlich übers Multiplizieren und Dividieren unterhalten Du kannst gleich an die Tafel kommen So war das Was mach ich hier? Da sagt man so Alter Multiplizieren und Dividieren Was ist das? Das können nur wie krass das sind wie Albert Einstein Ich hab gar nichts albernes gesagt Das wird zwar schon bei DAX so schlecht Alter ich bin neunter Der kam ja auch richtig früh Ich kann ja auch richtig früh Ich kann Trommel spielen Was ist hier los ey Falsche Rechnung Könnt ihr nicht Multiplizieren und Dividieren? Da muss man nicht Multiplizieren und Dividieren Da muss man nicht Multiplizieren und Dividieren Er tappt So ja damit haben wir schon den Pilz Cup geschafft ne? Ich hab so das Gefühl ich werde dieses Turnier nicht gewinnen Voll der Witz alter Wieso? Auf dem Rathaus Riesenrad Steht V-Wheel Das ist ein ganz großes W und da steht Wheel Alter Tschüss Hallo